ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Hm, was hast du denn schon wieder? Ui! 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 Kannst du nicht schlafen, mein Schatz? Ui! 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 Nicht mehr weinen, mein Schätzchen! Nicht... Ui! 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 So... Jetzt ist alles wieder gut! Ui! Vielleicht hast du ja Glück und sie ist schon wach! Ah! Da hat ja schon einer die Äuglein auf! Hallo, kleine Maus! Wie alt ist sie denn jetzt eigentlich? Acht Monate! Dafür ist sie aber ganz schön... ...propper! Was? Nee, das finde ich überhaupt nicht! Warte, ich geb sie dir mal! Man, wir kann uns mal gucken. Ja! Ja? Warte, warte, warte! Ja! Warte, warte, warte! Ja! Warte, 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 warte! Ist ja nicht kalt, Liebling. Sag mal, spinnst du, Malte? Was machst du denn da? Entschuldigung. Tut mir wahnsinnig leid. Erziehung eben. Warte, bis ich das Papa erzähl. Der Arsch aber Kirmes. Mama, Mama, ich will ein Puppenhaus. Kauf dir noch eins. Aber ich hab doch kein Geld. Dann such dir einen Job. Hier. Guckst du unter Stellenanzeigen auf Minijobbasis. Kannst du gut mit deinen Kindergartenzeiten vereinbaren. So, Jungs, raus ausm Auto. Nee, wir wollen nicht nur bleiben. Och, bitte, Mama. Nix da, aussteigen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Das kann doch nicht wahr sein. Hopp. Nach dem Fußball seht ihr immer aus wie Schweine. Mann, Vater. Ja. Ach nee. Nö, die Kleine hat doch gerade noch so schön geschlafen. Das sind bestimmt die Zähnchen. Warte. Mach schon. Mir ist langweilig. Ich will jetzt gehen. Florian, hörst du jetzt bitte auf? Setz dich hin. Nein! Ich hab gesagt, setz dich hin. Nein, ich will nicht sitzen. Du setzt dich jetzt hin und trinkst deine Fanta aus. Okay, mein Freund, ich hab verstanden. Alles klar. 100 Euro. Gibst du jetzt Ruhe? Ich kann sie gut verstehen. Man darf Kinder nicht schlagen. Ich will dir den Ball geben. Was? Der Jakob will dir den Ball nicht geben? Ach Schatz. Da musst du doch nicht weinen. Wir müssen zu einem auch machen. So, bitte schön. Moment, Moment. Mach ich dir noch ein bisschen Zucker rein. Sonst schmeckt der so bitter. Ja, trink mich. In einem Rutsch. Und? Schmeckt's? Nee, ne. Schmeckt der nicht. Warte. Trinkst du noch einen Schluck Cola zum Nachspülen. Ah, da ist der Papa, ja. Dann packe ich dir noch was zum Naschen in den Lüge ein. Ja? Okay. Dann wünsche ich dir ein ganz schönes Wochenende mit Papa und Petra. Bis Sonntagabend, mein Schatz. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.